Hallo zusammen, Eizocke hier! In diesem Video zeige ich euch den Jagdauftrag Tal ohne Wiederkehr die Service anzunehmen in der Ortschaft Hammerhead in diesem Gebäude hier also da rechts ist die Werkstatt und der Laden und hier links weiß ich nicht was das ist eine Restaurant, wie es aussieht und jetzt nehme ich den Jagdauftrag an Jagd Tal ohne Wiederkehr Ja Gut, jetzt müsste ich ihn haben Tal ohne Wiederkehr, genau Ich muss da lang Na dann mal weiter Ignes, weiter geht's Einen Moment Hammerhead ist ne tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was, wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen Vielleicht franzig Eine gewisse Mechanikerin, ja Ach, daher weht der Wind Kannst du ja den Regalier ausleiten Oh, echt? Äh, aber ne Wie sieht das denn aus? Oh, nicht geblockt Oh, nicht geblockt Wow, die sind flink So, einer ist kaputt Jagdziel erledigt Gut, jetzt darf ich zurücklaufen Ich bin auch schon gleich da Und da holen wir uns die Belohnung ab Esst ihr auch ordentlich? Jagdauftrag erledigt Wollt ihr was essen? So, hoffe ich konnte euch helfen Nicht vergessen, einen Daumen hoch da zu lassen falls euch geholfen wurde Unto da rein Abo Ciao